Die Lagerung eines querschnittgelähmten Patienten ist unabdingbar und muss von der Pflegekraft konsequent durchgeführt und unterstützt werden. Die notwendigen Prophylaxen wie Thrombose, Dekubitus, Pneumonie etc. werden durch die unterschiedlichen Lagerungen unterstützt und positiv beeinflusst. Ziel der atemunterstützenden Lagerung sind gleichmäßige Belüftung der Lunge, die Erleichterung und Vertiefung der Atmung, der gezielte Abfluss von Sekret aus verschiedenen Lungensegmenten und die Verbesserung der Belüftungs- und Durchblutungssituationen. Bei der einfachen Dehnlage ist die Ausgangsstellung die Rückenlage. Der Oberkörper liegt auf einer etwas erhöhten Unterlage, der Kopf wird zur Seite gedreht, der Arm der Gegenseite wird über den Kopf seitlich nach oben gelegt oder aber die Hand unter den Kopf positioniert. Die Drehdehnlage dient der Entspannung und Atemerleichterung. Der Patient wird auf eine Körperseite gelagert und das obere Bein leicht angewinkelt. Der obere Arm wird hinter dem Kopf und die Hand im Nacken positioniert. Der gesamte Oberkörper wird vorsichtig nach hinten gedreht. Die Halbmondlage stellt eine therapeutische Seitenlagerung dar. Der Arm des Patienten wird über den Kopf gestreckt, dadurch wird der obere Lungenanteil auf der betroffenen Seite gedehnt und besser belüftet. Die Fati-Lagerung ist eine Kombination aus vier verschiedenen Lagerungen. Bei der V-Lagerung werden zwei V-förmig zusammengelegte Kissen mit der Spitze unter das Becken gelegt. Die Kissen kreuzen sich im Lendenwirbelbereich. Bei der A-Lagerung werden zwei A-förmig zusammengelegte Kissen mit der Spitze zwischen die Schulterblätter gelegt. Die Kissen kreuzen sich unter den Schulterblättern. Bei der T-Lagerung wird ein Kissen längs unter die gesamte Wirbelsäule gelegt, das zweite T-förmig über das erste in der gewünschten Höhe, Schulterbereich, Zwerchfellbereich oder Lendenwirbelbereich. Bei der I-Lagerung wird ein Kissen oder eine Rolle unter die Wirbelsäule in Längsrichtung gelegt. Drainage-Lagerungen Verschiedene Drainage-Lagerungen lösen das Atemwegssekret und erleichtern somit das Abhusten. Drainage-Lagerungen funktionieren nach dem Prinzip der Schwerkraft. Damit das Bronchialsekret abfließen kann, werden Lagerungspositionen entsprechend der Anatomie der Atemwege vorgenommen. Das betroffene Gebiet ist hierbei höher zu lagern als der Hauptbronchus und die Trachea. Mögliche Drainage-Lagerungen können sein die Rückenlage, Rechts- und Linksseitenlage, Bauchlage, Hoch-, Flach- und Kopftieflage. Für die Lagerung werden ein bis zwei dickere Kissen benötigt. Die Durchführungsdauer beträgt drei bis fünf Minuten. Um das Sekret besser lösen zu können, sind Inhalationen vor der Lagerung möglich. Übelkeit, Erbrechen und Aspirationen können auftreten, wenn eine Lagerung direkt nach der Mahlzeit stattfindet. Oberkörperhochlagerung Bei der Oberkörperhochlagerung wird das Kopfteil des Bettes hochgestellt und der Oberkörper so aufgerichtet. Das Gewicht wird über die beiden Sitzhöcker nach unten zur Matratze abgeleitet. Die Wirbelsäule wird mit einem kleinen Kissen oder einer Rolle unterstützt. Der Rücken muss gestreckt bleiben, um das Einsinken des Bauches zu verhindern. Das Gesäß muss direkt im Knick zwischen Kopfteil und Liegefläche liegen. Der Patient darf nicht zum Fußende rutschen. Der Oberkörper würde zusammensinken und die Atmung behindern. Seitenlagerung Der untere Zwerchfellabschnitt leistet der Atmung durch den auf ihn wirkenden Druck des Bauchinhaltes Widerstand. Das Bronchialsekret wird bei der Schwerkraft folgend in Richtung Hauptbronchus mobilisiert und kann abgehustet werden. Für eine regelmäßige Belüftung der Lungenabschnitte sorgt ein zweistündlicher Wechsel von Seiten, Rücken und Bauchlage. Schlecht belüftete dorsale Bezirke der Lunge werden durch das Drehen von der Rücken in die Bauchlage besser belüftet. Eingelagerte Sekrete in den tiefer liegenden Lungenbezirken werden hier mobilisiert. Kontraindikation für eine Bauchlage ist die instabile Wirbelsäule, der Schock und der instabile Thorax. Durch Kissen- und Lagerungshilfsmittel ist eine Polsterung der Extremitäten gewährleistet, ebenso eine gute Druckverteilung des Gewichtes des Patienten.